Aber ich brauche dann auf jeden Fall eine Verbindung zu meinem Bahnhof da drüben. Damit hier weiterhin die Güter transportiert werden. So, wo ist denn hier gerade ein Zug? Hier ist einer und... Lebensmittel Dornburg fährt da nur einer? Haben wir da nur einen Zug drauf geschickt? Lebensmittel Dornburg? Ne, zwei. Wo ist denn die Zeit? Ach, du holst Lebensmittel... Ah, oh. Äh. Ja. Äh. 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 Wer war das denn? Du fährst nämlich dann nur bis hier. Also bis, äh. Moment. Linksmittel Dornburg. Du fährst jetzt nicht mehr da nach hinten. Zack, sondern du fährst nur noch bis hier. Jetzt muss ich dem Zug, der von da kommt, kurz die Möglichkeit geben, hier rüber zu kommen. So, jetzt sind erstmal ein paar Züge verwirrt. Das ist Werkzeuge-Kühdorf. Das ist Werkzeuge-Kühdorf. Maschinen-Kühdorf. Hier geht da hin. Okay. Äh. Halt. Äh. Die Lkw-Station kommt dann hier hin. Genau, und dann haben wir hier nämlich Lebensmittel-Kühdorf. Was haben wir hier noch alles? Haben wir nur eine Lebensmittellinie? Hatten wir nicht auch noch... Hä? Wir haben doch hier auch noch, äh, Werkzeuge. Habe ich die da draufgepackt? Ja, das stimmt, die habe ich da draufgepackt. Das heißt, ihr fahrt ab hier, das heißt, das kommt weg. Nein, nicht alle löschen, sondern nur das. So, eins, zwei, drei Linien. So, dann stelle ich das Ganze mal auf Play. Fahren wir hier mal mit, zumindest mal bis da nach oben. Dann sehen wir schon mal einen kleinen Eindruck über den neuen, äh, großen Bahnhof. Ah, da fahren noch Dampfloks. Könnten wir dann nach der Zeit auch noch ersetzen. Pottis-Lock muss aber richtig heftig arbeiten. Ähm... Ähm... Was hast du jetzt vor? What? Okay. Was hat der jetzt vor? Ich bin grad etwas überfragt. Was? Der will mir doch da hinten nicht den ganzen Betrieb durcheinander bringen, oder? Der will doch jetzt nicht rechts abbiegen. Oh je. Oh je. Was macht denn der? Oh je, oh je, oh je. Ich... Ich ahne Schlimmes. Ah... Jetzt gehst du dem mal bitte nicht auf den Zeiger. Oh je. Oh ja. Oh... Das war jetzt für ihn die kürzere Strecke. Na gut. Bauen wir das wieder ab. So, hier können wir dann nachher auch Richtung, was ist denn da noch, ja hier irgendwo nach hinten gehen. Ich bräuchte jetzt hier aber eine stark frequentierte Linie, die mir das hier hier hinbringt. Ich würde sogar die Strecke nach Dornburg lassen für Maschinen und Werkzeuge. Ihr seht da oben steht sehr viel Kohle rum. Okay, ist es an der Obergrenze, dann wird der auch an der Obergrenze sein. Stein oder Schlacke. Könnten wir noch hier irgendwie Schlacke abtransportieren. Am besten ja mit dem LKW und da haben wir auch noch Waren. Das ist ja eigentlich fast ein Traum. Da haben wir auch noch mal Waren. Irgendwie habe ich so das Gefühl, hier sind alle Endprodukte und dann so weiter weg sind dann die ganzen Lieferanten. Ja, weil Treibstoff ist hier unten, ich habe zum Beispiel da oben kaum Treibstoff, 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 Treibstoff. Haben wir hier nur Treibstoff. Hier haben wir gar nichts an Treibstoff. Gar nichts, gar nichts, gar nichts. Und dann hier nochmal. Ich glaube, ich schaue mir die Map nächstes Mal ein bisschen besser an. Sind die Züge denn voll? Ohja. Wir könnten vielleicht auch mal überlegen, wenn die Mirage rauskommt, dass wir die dann mal draufsetzen. So, wie können wir das am sinnvollsten umbauen, denn wir müssen einen Spurwechsel betreiben. Ich würde erstmal sagen, dass wir hier diese 60 Grad Kurve entschärfen. Die Frage ist bloß, wie? Die Frage ist nur, wie machen wir das? Ich würde mal vorschlagen, wir bauen das hier mal ab. 100 würde so eine Kurve werden hier. Wenn wir mit dem hier 100 machen, nehmen wir natürlich engere hin. Aber 100 ist echt wenig. Wenn wir hier 120 machen, sind wir auch so weit draußen. Jetzt bin ich gerade ein bisschen überfragt. Da könntest du dann noch ein bisschen runter setzen. Kollision kriegst du dann mit. Okay. Das heißt eigentlich im Grunde, wir müssten hier mit 100 fahren. So. Hier ist gut. Hier ist ja eigentlich auch gut. Bauen wir mal. Hier habe ich eine Kollision. Da habe ich keine Kollision. Wie viel würden wir hier reinkommen? 90. 90. 90. 90 ist nicht schlecht. 90 wäre so. So. Dann bauen wir das mal. Hier. Könnte jetzt sogar sagen, hier drin machen wir dann wieder eben. Also. Schütten wir auf. Aber. Ja. Das lassen wir mal so. So. Wir könnten auch hier schon sagen, hör früher auf mit der Brücke. Und zwar etwa hier. Was eigentlich auch schon zu viel. Das wäre genau richtig. Das geht nicht. Das ist mir klar. So. Und wir bauen auch schon mal die Strecken für 160. Denn nachher unsere E-Logs werden auch 160 fahren. Was haben wir denn hier für ein Anstieg? Moment. Wir sind hier auf 180 und wir müssen nachher hier auf 197 kommen. Oder sogar im schlimmsten Fall auf 207. Okay. Das ist zumindest mal ein bisschen. Mit dem Tunnel und dann da hinten irgendwo raus. Was? Der Tunnel bräuchte halt ewig bis der wieder erscheint. Würde der automatisch in den Tunnel gehen? Ja. Hm. Schwierig. Schwierig. Schmerzeln. Schmerzeln. Sol Dé繩. anibereit.